Anscheinend konnte man niemals wirklich die chinesische Mauer aus dem Weltraum erblicken. Nein, die Raumfahrer schwören, das einzige menschliche Bauwerk, was man problemlos von dort oben sehen könne, sei dieses hier. Immer nur auf das Kreuz drehen. Im Kopf geht es ganz leicht, aber in der Praxis ist es was anderes. Dein Gewächschaustraben wird sein, als besäßt man eine Mine. Und wo rüber steibst du? Weil sich bei dem alles still ist. Hör ich sie an. Es gibt keine Ungewöhnung. Sieht es, weil das hier nicht kratzen ist. Warum sagst du nicht deine Meinung? Krass. Die einzige Möglichkeit, die Ärger zu sichern, ist die Menge zu erhöhen. Dein Gewächschaustraben Vielen Dank.